Hallo liebe Lamas und herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung eines Rollenspielbuchs. Und zwar es geht weiter mit Warhammer Fantasy in der vierten Edition und zwar hier das Quellenabenteuerbuch Rough Nights and Hard Days. Das sind fünf Abenteuer, welche man als kleine Mini-Kampagne spielen kann, welche man auch in die große Kampagne The Enemy Within einstreuen kann. Und ganz besonders hier sind die Gnome als spielbare Rasse mit drin. Das dürfte für viele ein Argument sein, sich dieses Buch zumindest als PDF zuzulegen. Und bevor wir groß labern, schauen wir doch einfach mal rein. Es ist auch wieder ein Hardcover. Es wird wohl keine Softcover geben vom Warhammer Fantasy Rollenspiel mit läppischen 95 Seiten und Preis steht drauf 34,99 Dollar. Wir gucken also mal rein. Wir haben hier ganz am Anfang auch mal wieder eine Karte vom Glorious Reichland. Klar. Und hier das Haus Ambossstein. Um das geht es unter anderem. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los mit dem Inhaltsverzeichnis. Wir sehen 1, 2, 3, 4 und 5 Abenteuer. Nein, hier 5, 1, 2, 3, 4, 5 Abenteuer. Dann der Appendix 1, die Gnome. Und dann gibt es auch noch die Pub Games als neue Regeln. Also Spiele, die man im Rollenspiel quasi im Pub spielen kann. Es beginnt mit der Einleitung, die uns mit einem kleinen Vorwort klar und dann eine Einleitung, die uns sagt, okay, spielen wir das als einzelne Kampagne, spielen wir das in der The Enemy Within Kampagne. Dafür gibt es dann auch Empfehlungen. Spielen wir das als 5 einzelne Abenteuer. Wie können wir das Zeug, was hier drin ist, nutzen, um damit noch mehr Abenteuer zu machen. Und noch allgemeine Tipps, um das Abenteuer quasi, beziehungsweise die Abenteuer zum Laufen zu kriegen. Wie zum Beispiel hier eine Karte, die zeigt, wo ungefähr die Abenteuer stattfinden. Alles dreht sich eben um den Fluss Reik, den wir mal wieder quasi entlang segeln oder auch laufen. Und das beginnt hier mit The Three Feathers. Das Abenteuer haben wir also hier. Dann geht es weiter nach Camperbad. Dort ist dann das nächste Abenteuer. Das ist dann A Day at the Trials. Und so geht das immer Stück für Stück weiter und dann wieder zurück, bis man dann hier wieder zurück. Dann Nallen, dann versuchen wir nach Castle Grauenberg zu kommen und dann in die Stadt Ubersreik. Und da sieht man auch schon, es lässt sich ganz gut in die Kampagne mit einfügen. Ja, dann jedes einzelne Abenteuer hat eine Location-Beschreibung. Dann, wie man quasi in das Abenteuer reinkommt. Also entweder Kampagne, Standalone-Abenteuer und dann eine Beschreibung der wichtigen Dinge, die dort passieren. Beziehungsweise der Orte, also das Inn, das Haupthaus, die Stelle. Also es bezieht sich alles jetzt auf ein Gasthaus quasi. Und dann das Abenteuer an sich. Was passiert also mit drei Plots, die hier auch zusammengefasst sind. Hier nochmal drei Plots, also insgesamt sechs Plots. Die einzelnen Events mit Uhrzeiten, wann die passieren sollen. Sieben Plots sogar, das ist gar nicht so einfach. Und dann hier eben eine Karte des Gasthauses, um das es geht. Die drei Federn. Ja, so eine Seitenansicht hier von oben. Und hier das Stockwerk, welches da rauf sitzt. Coole Sache. Und hier weiter die ganzen Events, die zu den unterschiedlichen Uhrzeiten passieren oder passieren können. Denn wir bleiben quasi eine Nacht dort. Dann die Auflösung des Abenteuers. Und das finde ich sehr cool am Ende immer. Welche Charaktere mit Werten kommen denn in diesen Abenteuern vor? Das heißt, da haben wir jetzt hier eine ganze Menge. Aber ich habe sie eben alle auf einen Blick und muss sie nicht innerhalb des Abenteuers irgendwie suchen, blättern. Dann geht es weiter mit A Day at the Trials. Dort geht es dann, wie der Name schon sagt, um eine Hinrichtung quasi. Wie kommt man da hin? Wieder der genau gleiche Aufbau wie mit allen anderen Abenteuern. Ich entschuldige mich für das Piepen, dieses Dummen im Hintergrund. Das ist WhatsApp und ich habe vergessen, das auszumachen. Auch wieder mit schönen Illustrationen aufbereitet. Ja, die einen so ein bisschen in Stimmung versetzen. Und hier dann wieder Resolution, Non-Player Characters. Auch wieder eine ganze Menge. Dann haben wir A Night at the Opera. Das heißt, wir haben eine Oper, einen Ball. Haben da natürlich auch wieder eben die passenden Karten dazu. Die sind sehr schön gemacht. Wieder die Abenteuerbeschreibung, die einzelnen Plots, die Events. Die auch wieder nach Zeit gestaffelt. Das finde ich immer ein bisschen kritisch im Rollenspiel. Dann die Auflösung und die Nichtspieler Charaktere. Alle auf einen Blick. So kann man sie auch gut in unterschiedliche Programme einpflegen, wie zum Beispiel Roomworks oder irgendwelche Webseiten. Je nachdem, was ihr da zur Vorbereitung nutzt. Und dann Nastassias Wedding. Auch wieder hier. Da sind wir dann auf Schloss Grauenberg. Deswegen hier eine Karte von Schloss Grauenberg. Und wieder das Abenteuer und was dort so passiert. Mit den NPCs natürlich. Der Host Wilhelm von Saponathheim. Der Lord. Und dann Nastassia von Saponathheim. Also wir sehen wieder die schönen deutschen Namen. Josef von Angendorf. Manfred von Saponathheim. Wunderbar. Und dann The Lord of Ubersreik. Als letztes Abenteuer dieser Kampagne. Mit Niederstadthaus in Ubersreik. Und hier eben wieder. Ganz lustig hier. Heinrich, Heinrich, oh Heinrich. In diesem Abenteuer gibt es drei Charaktere, die Heinrich heißen. Weil Heinrich nun mal ein sehr beliebter Name im Reich ist. Im Empire des Warhammer Fantasy Universums. Und man soll so ein bisschen mit der Verwirrung spielen. Über welchen Heinrich wird gerade eigentlich gesprochen. Ja. Hier wieder Concluding the Adventure. Wie geht es aus? Was kommt? Wie geht es mit der Kampagne dann eventuell weiter? Also Anknüpfung wieder an The Enemy Within. Und wieder die Nichtspieler Charaktere. Einfach ganz cool mit den kurzen Illustrationen dazu. Sehr, sehr toll. Ich wünschte immer, man könnte die dann genau so einfach rausnehmen. Dann haben wir Appendix 1. Gnomes. Also die Regeln für Gnome als Charaktere. Die Klassenverteilung. Die neue Random Species Table mit den Gnomen jetzt. Das heißt, die Prozentzahlen verschieben sich um 1. Weil jetzt nämlich mit 1% Chance man einen Gnom spielen kann. Dann die Attributtabelle für die Gnome. Physische Details. Wie sehen Gnome so aus? An was glauben Gnome? Wie sieht es mit Gnomennamen aus? Da haben wir zum Beispiel Elowen, Ia, Kera, Ladoka, Meteven, Morven, Steren, Tryphena. Und als Nachnamen, ach so, die haben matriarchale oder patriarchale Namen. Dann haben wir Brevort, Davet, Gwiner, Mavman, Meriasek, Nivet, Talan, Itel als Namensvorschläge. Und dann noch Clan-Namen. Anäaril, Freine, Hafken, Landwett, Paddler, Skandleburn, Thorn, Trettevi. Also ich spreche es mit Absicht irgendwie urdeutsch aus. Weil es das meistens ist, was im Warhammer Fantasy Universum das Richtige ist an der Stelle. Gnomen Priester. Und wie Corruption sich auf die Gnome auswirkt. In dem Fall ein Satz. Genauso wie auf Menschen. Dann haben wir die Pubgames. Alsar, Alva Tafel. Armwrestling, Beast Among the Tailors, Bowls, Ballring. Cerevys, Darts zum Beispiel. Pubquises, Mühle, Stones. Also ganz viel wie man das quasi als Rollenspiel umsetzen kann. Dann Werbung für die Enemy Within Kampagne Part 1. Enemy in Shadows. Welche jetzt als PDF auch schon rausgekommen ist. Und dann haben wir hier wieder am Ende die Karte von Ubersrike. Und das war es auch schon mit dem Buch. Rough Nights and Hard Days. Fürs Warhammer Fantasy 4 Rollenspiel. Ja. Was haltet ihr von so einem kleinen Quellenbuch, das dann ja doch auch ganz schön teuer ist für den Preis? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin euer Alex. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.